Rebirth 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 Sooo, hallo und herzlich willkommen zu dem Toonja Hyper-Dimension Rebirth 1 über halbe die menschen im tun ja wie wir auf eins mein gott also ja mit 6 und ich begrüße euch damit auch zu der ersten folge von random let's play jetzt wird es auch den ersten projekt von random let's play nämlich dieses spiel hier ist es ihr seht schon an dem elastigen spiel was ziemlich cool ist wir machen ein neues spiel es gibt es leider nur auf englisch also es gibt keine deutschen und die titel ihr müsst ein bisschen leben ich versuch das so ein bisschen grob zu übersetzen und her land of green pastures leanbox cpu purple heart and her land of purple progress planetune here the cpus fight endlessly in battle for rule over game industry this battle is etched in history this is the console war you're all so stubborn why don't you all give up already nonsense we've been fighting for hundreds of years why quit now that's my line i won't let any of you take the title of true goddess huh how much longer do we have to put up with this pointless fighting well then do us a favor and just die my such raucous manners i have matters of destiny to fulfill unlike you shut it i can't stand the way you talk all high and mighty thunder tits breasts are symbolic of maturity and fertility qualities of a goddess with such logic it can be said you are the least fitting the hell's that all that crap talking out your butt i'll kill you got you what damn it that was close it's your fault for idly babbling in the midst of battle really how much longer does this sterile battle have to continue well then why not get rid of one of you true that could be the catalyst of change we've been searching for not a bad idea what what are you all talking about so who's the sad one to be ousted here i suggest purple heart neptune it would be difficult to get rid of her later so i can agree to that yeah i'm fine with that who are you three talking to it's settled then so sorry what what are you all talking about do us a favor and just die damn you take this too slow prepare yourself die i won't lose eat this take this i won't let you escape this is the end i'll finish this be gone okay nice ui stand stupe you see it is a game with a lot of dialogue and the opening yeah it's a game play it's a game play it's a little bit longer than this it's a damn four textes das spiel also es besteht aus sehr viel text das spiel es ist mehr mehr oder weniger halb novel halb rwg halb anime ja das opening kennen wir ja schon aber wir gucken es das halt einfach nochmal ein falls ihr das random let's play teaser trailer dings nicht gesehen habt dann seht ihr das jetzt nochmal hier seht ihr mal alle charaktere die irgendwie wichtig sind in diesem spiel also die zumindest wichtig vorkommen ja also es geht halt darum nicht so viele leute die man am anfang gesehen haben sind so gesehen die götter dieser welt also ihre eigenen welten und kämpfen halt um die gottheit zu werden die sie halt sein wollen und die drei haben sich gerade gegen die eine verbündet um die eine auszuschalten das ja ist so gesehen da rausgekommen und ich hoffe ich bin nicht zu leise damit krieg ich auch kein copyright sekt dann danke an die danke immer an die leute die jetzt müssen hinschreiben dafür krieg ich mir jetzt kein copyright strike dann muss ich das wenn ich das nicht machen ach ja habe die menschen tun ja über 1 es gibt drei teile davon wenn ich sogar mehr ich werde wahrscheinlich sogar jeden let's playen ich werde sogar alle let's playen glaube ich es geht gleich weiter es gibt ungefähr drei oder vier teile jetzt davon schon und ich glaube ich werde alle let's playen aber ich muss ja halt mir alle kaufen weil ist es auch ziemlich teuer die spieler sind auch mega geil irgendwie also ich habe jetzt ich weiß zumindest das drei teile gibt das v3 geht es aber ich spiele jetzt erst mal den ersten teil durch und mal gucken so und ich muss hier mit einem fünf meter und ein drei meter mikrofonkabel kämpfen was schon ein behindert ist so okay okay es muss be a power outage oder maybe the circuit breaker dropped but why am i right like i've been splashed with flores and paint oh yeah i guess it's just my brilliance emanating from me just kidding oh yeah hello is anyone here i hope i don't step on your figures or anything well not that something like that would be on the ground right but you who knows what i could step in it could be leftovers uh do i just wait for more text boxes to pop up this is way weird anyone out there i'm going to start roaming you know yikes did i just step on something you soft and mushy what is it so they won jeez i'm bored yeah who's message am i waiting for anyway i apologize for the delay have you been here long god damn computer are you delay for what wait did my soul go to heaven please calm down i did not intend to scare you there i am istwar a tome you fell from celestia and now i seek a favor from you uh to whom i knew it i am so dead wait what do i mean fell to where hell i should have finished my game backlog and erased everything on my hdd um neptune please take a deep breath and calm yourself how can i calm myself when someone can look into my special hdd collections neptune you have not died you have nearly fallen unconscious huh really what a real leave um miss heavenly voice how do you know me are you my fan oh we sind alle dein fan i am istwar i record the history of game industry with the goddesses sure don't answer me then i am sorry but i was getting a bit tired of pointing out everything great now i make others tired i don't have much time so i will get to the point please neptune please lend me your powers huh what'd you say there's a lot of noise on my side please stop our for and put end to the console war ah immer diese lex shut up oh shoot did i break something wait where am i oh you're up good morning sleepy head well actually good afternoon ich frau mich gerade warum ich das eigene spieler this isn't my room is it is it yours and why am i tucked snuggly in wow it was just last night i saw shooting star that was you that was a short answer wait that means i fell from the sky yes you were stuck into the ground like soul sword only it was you wow you mean soul like wasn't it the excalibur that was stuck you are out cold so i pulled you out and brought you here oh by yourself that's cool thanks you are a lot stronger than you look i got a nursing school moving bodies is part of training so i'm fine wow come to think of it i haven't introduced myself my name is kampa i'm neptune thanks for saving me kampa hope we can be friends this is you must bedenken ich glaube in diesem spiel gibt es kein einzigen jung das ist ein komplettes spiel wo alle charaktere mädchen sind und ich denke mir jetzt sitzen mir so von pc und denke mir so oh es ist einfach es ist einfach dieses vorbildliche jolly ding dieses teenage girly ding also jetzt nicht wegen irgendwelche weiblichen zuschauer jetzt da draußen also 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 es tut mir wirklich leid für alle mädchen die sich so verhalten aber ich kann das mega nicht leiden neptuna nepp nepper neptuna neptun neptuna 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 Warte, warum muss ich nüden gehen? Ich muss mich nicht mehr körperlich machen. Ich kann dich nicht mit deinen Klauen aufbauen. Jetzt musst du dich schütteln. Ich verstehe das, aber... Okay, hier kommt der Wettbewerb. Diesen Weg. Diesen Weg. Diesen Weg. Lübe es über. Halt an. Kannst du es ein bisschen lösen machen? Es ist langweilig. Du willst es nicht lösen, also du wirst treten. Jetzt bist du nur patient. Ich kann nicht... Breathe. My back. Ah! Ah! Nap, nap. Are you okay? Please come back! Nap, nap. Nap, nap! Nap, nap! That was close. Ich bin nur ein wenig weg von der Leidung. Oh. Es war nicht so schlecht. Ich habe nur ein wenig zu knacken. Wirklich? Ich bin knacken knacken als eine große Kräfte-Mümmel. Also, um... Warum hat Nep Nep nicht aus dem Skogen geteilt und geteilt in die Erde? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe nichts vorher zu kommen. Nep Nep? Vielleicht hast du annesie. Pudding! Pudding! Um... Was ist ein Pudding? Du wirst nicht wissen, was ein Pudding ist? Nein! Ich habe es nie gehört. Es schmeckt gut. Es schmeckt gut? Ein Moment. Lass mich einen bringe. Hm... Also... Es riecht, wenn du es riecht. Es riecht. Es riecht wenn du es riecht. Es riecht wenn du es riecht. Pudding. Nap Nap. Hast du die Erinnerung von Essen verloren? Ich erinnere Kuchen und Dinge. Also, ich glaube, ich weiß wirklich nicht, was es ist. Nun, hier bin ich. Die tanteiligende Süßes riecht auf meine tongue. Das war das beste. Das ist wirklich... ... ... ... ... ... ... ... Wo kann ich mehr bekommen? Well, ich habe es mir selbst gemacht! Kompa, du bist ein Genius! Oh, stop teezing me, Nep-Nep! Wait a minute, lass mich noch mehr! Das ist mir, die Pudding-Poive aus. Your homemade Pudding war ein Blast, Kompa! Ich bin froh, du hast es. By the way, was du jetzt machen, Nep-Nep? Well, ich will wissen, was passiert. Also, ich gehe zurück, wo ich gefunden habe. Oh, dann kann ich dich da hin, Nep-Nep! Ich glaube, wir haben... Gameplay! Yes! 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 Oh, wir haben eigentlich... Äh... Dings. I'm Mrs. Manuel. I will be giving you some Game-Tips. Nice. Okay. Oh, ich gebe mal rein. Oh, es kann man auch sehr lieben. Wow, dieses Ort ist hier, es ist ein Kamera. Was ist das hier? Was ist das hier? Das ist... Die Namen sind auch scheiße schwer. Planet... Planet... Ach so. Planet-Tune. Wow, hätte ich mir eigentlich denken können. Es ist eine Stadt, in der Lady Propel gehört die Präsenten. Planet-Tune? Der Name ist wirklich familiär. Hmm... Hmm... Es ist ja nicht so, dass ein P, L und A vor deinem Namen steht. Aber egal. Es klingt wie dein Name, Nep-Nep. So, wo... Wir gehen wieder? Should ich etwas mit mir bringen? No need to worry. Wir gehen nur zum Park, direkt aus der Stadt. Wir sind gut. Ich wirklich nicht, ich liebe Carriere. Hmm... Wait a second. Nep-Nep. Was ich mache? Was ich mache? Maching in die Garbage? Look, was ich gefunden, Comber. Es ist ein Wort. Es ist ein Wort. Aber hey, es ist ein Wort. Ich sehe das. Aber was ich mache? Was ich für das? Um... Larp... 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 Geht natürlich dahin. Also ihr seht schon, es gibt auch Gaming-Elemente. Larp... Hallo. Es ist endlich hier. So, blablabla... Keine Ahnung, was ich habe gesagt. Das ist eine gute Information. Ich bin Kizunana. Ich habe einen Dancing Idol. Ich kann auch fight singen und singen. Weißt du? Cool. Player 2. Beinahe, das ist mein Zeitpunkt. Ich hoffe, mein Zeitpunkt ist nicht Zeitpunkt. Ja, man kann das auch zu zweit spielen. Aber ich bin halt ein Fall-Ever-Long-Kid, was sich Mädchen anschaut, was sich gegeneinander verbindet. No. Braum-Noodles-Factory. I have to go and see one. Okay. Im Shop gibt es ein Bambus-Schwert für 100 Credits. Das könnte mir für Dings gebrauchen. Kann equip? Kann ich equip? Die hat nämlich was ganz anderes. Lesser. Ich weiß gar nicht, ob sie das überhaupt haben. Ich muss einfach mal gucken. Also ihr seht schon, man kann übel viel kaufen. No Items. No Items. No Items. No Items. Okay. Ähm. Ja. Ich wollte eigentlich... Genau. Hier. Items. Das sind die, die ich habe. Healing Pots. Blablabla. Sonst hab ich nichts weiter. Equipments. Expensive. Also. Hier sehen wir auch nochmal den Charakter. Yeah. You little girl. Wenn wir das hier auch ändern, dann sieht das auch anders aus. Also. Die bleibt nicht gleich. Ähm. Auch das Wort. Es wird dann lustig. Das ist Comba. Comba kämpft mit einer riesen Spritze. Macht natürlich Sinn. Ja. Das ist halt eine Nürze. Also sie heilt mich. Ähm. Comments. Partys. Ähm. Also haben... Warte. Moment kurz. Comba's Bandages. Okay. Sie läuft mit ihren Bandages herum. Da muss ich kurz gucken. Ich guck mal ganz kurz schnell, wie die lange ich aufnehme. Ach. Ich nehm schon 20 Minuten auf. Ich hab nicht einmal Gameplay gebracht. Ich liebe das Spiel. Ja. Die Parts könnten ein bisschen länger werden. 30 Minuten oder so. Aber jetzt wird es ein bisschen interessanter. Es ist nicht nur Text. Das ist halt das Beginn. Ah ja. Das ist besser glaube ich. Okay. Das. Ich muss kurz gucken, welche Werte von denen höher sind. Bei ihr ist es das hier. Dann wäre das hier ganz gut. Und für sie ist es das hier unten ganz gut. Okay. Also brauche ich zwei Dinge. So. Da gehen wir jetzt mal. Ja. Bitte. Das kommt nämlich nochmal Text, bevor wir auch dieses Gameplay erreichen. I guess this is where I was illegally lodged into the ground. Right? Well, not quite. It was a bit further backward. What? But. There are monsters all over the place. No. Monsters? You mean that blue dog like jelly thing over there? Yes. But they weren't here when I was here the last time. This world has monsters all over the place. Like an RPG. Not really. It just popped out of nowhere over the last few years. Okay. Then. Now let's go and get some XP while we are at it. NetMath. What? What's the matter? You seem excited. I am the heroine. Right? So. I got a beat of some monsters. I feel jealous. I guess so. But can you realify it? I have my trusty sword, wood and skills with me. And it will be a piece of cake. Okay. If you say so. Well. I will help you. I will help to some. Um. Let's get this out. Uh. Combo. What's the huge syringe? Also. Wait. Where do that come from? Oh. I use this to fight. Here. Where it came from. Wait. That's combo secret. Okay. Um. My imagination of where it came from. Can explain the how. Wow. And. And. You know how. Kledges is carrying a huge weapon. Right? That's 90 gritty info. Let's just beat the next single one. Okay. I think I will leave the parts for 30 minutes. Uh. Save point. Da da da. Here is an event spot. Okay. Okay. So. Hello. Ah. Let me come back. Come from. Ba 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 ba. Jungs. Ah. Yay. My first monster. Hey combo. I just need to beat him up. Alright. Yes. Dogos are cute. But they are bad monsters. So can we beat him up? Okay. Then. Let's get a battle tutorial. Best battle tutorial. Best battle controls. 50. Move. Fade button to attack. Attack. Hit. Hit. Count attack. Power attack. Guard break attack. Okay. Break. Rush. Power. Ich muss mir sowieso nochmal alles angucken. Weil ich weiß nicht mehr alles. Come at me. Where is the patient? Ah. Ba ba ba. Ich muss kurz gucken. Ah. Okay. Ähm. Komm ich ran? Ja ich komm ran. Do you want your shots? Here I go. Gonna beat you up. Äh. Guard break is wunderschön. Ja. That was easy. Aua. Not letting you go easy. Victory. Ähm. Ja. Das war das Kampfsystem btw. Und das ist mega cool. Also. Jetzt kommen wir eigentlich mal zu ein bisschen Gameplay Dings. Ja. Wir machen erstmal den Tutorial und so. Ja. Victory. See. Victory. See. Give it to all Knapp and his trusty swords. Hang on words. So how was it fighting Mr. Monster? There is still more I need to learn but I think I can get to hang of this. Well there is a lot more where they came from. See. We can train a bit more. Sounds like a plan. Symbol attacks. Treasure search. Ich. Muss das mir alles herausfinden wieder. Ah. Haben wir den X-Button gibt. Schau's euch das. So. We'll take surprise attack. Bla 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 bla. Ah. Touch the edge of the battlefield and select escape to run from the battle. Okay. Nein. Wollen wir nicht. Nein. Wir wollen nicht wegrennen. Ah. Okay. Okay. Äh. Ich suche jetzt ganz schnell. Obwohl ich brauche eigentlich gar nicht mehr Speisespunkte denn. Es geht ja für mich gleich sofort weiter. Ähm. Okay. Ich würde sagen wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Abonnieren.